Ich bin so abgefahren, richtig abgefahren. So geil, Mann. Oh, die Witze. Einfach schuldig. Ja. Das war irgendwie ein bisschen actionreicher. Okay. Wo sind die Blitze? Zeigt euch. Ich will Blitze. Boah. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen weiter weg. Also nicht mehr genau wie bei uns. Ich weiß nicht, was da hinten jetzt abgeht. Der Wind wird schwächer. Der Rauch aus dem Hochrauch. Der Rauch aus dem Schuhanschein wird schwächer. Na? Kommt da jetzt noch was? Kommt. 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 Kommt.